Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun der 31. Tag in meinem... Und heute Morgen am 31. Tag muss ich erst einmal zum Baumarkt und den Käse hier zurückgeben. Und dann kann ich an Arbeit denken und dann an Sport. Ich kriege heute Besuch beim Sport, aber dazu kommen wir später. Nun habe ich mich schon den ganzen Tag hier im Büro verbarrikadiert und habe eine Sache nach der anderen gemacht. War sehr ertragreich. Und jeden Moment kommt Tanja rein. Tanja, wer Shogi Banuki schon mal gesehen hat, der wird Tanja kennen. Tanja, meine Laufpartnerin. Sie war jetzt 31 Tage, mindestens 31 Tage nicht meine Laufpartnerin. Wegen Urlaub und der ganze Käse. Aber nun geht es mit Tanja wieder los. Los! Der Schuss von den Kuhn. Einfach so zu tun, als wenn ich nichts sehe. Einfach nur weiterlaufen. So zu tun, als wenn keine Kamera bereit ist. Das ist cool. Ja, es kommt immer cool rüber. Jetzt sind wir ja schon fast eine Stunde unterwegs. Ja, ich bin fassungslos. Ja, du bist fassungslos begeistert. Ja, auf jeden Fall. Sanja hätte nicht gedacht, dass sie eine Stunde aushält. Aber mit Drillsargen, Sascha, läuft das. Du musstest mich überhaupt nicht zwingen, dass sie von alleine... Doch, das kommt jetzt besser in dem Video. Ich musste sie zwingen. Er hat mich da durchgepeitscht. Und nur mit meiner Hilfe hat sie es gepackt. Ah, genau. Das ist doch eigentlich die Geschichte, die wir erzählen wollen. Okay, alles klar. Jetzt gehe ich schön ins Büro. Im Büro habe ich schon meinen Salat vorbereitet. Weil ich muss noch ein bisschen im Büro arbeiten. Ziehe mich gleich um, weil ich so geschwitzt bin. Dann kaufe ich auf meinen Salat da rum und bin dann satt. Und um 20 Uhr habe ich einen Videocall. Oh, ganz wichtig. So spät noch. So spät noch. Genau, mit ganz wichtigen Menschen. Na dann. Aber jetzt zeige ich erst mal meinen Salat. Ja, schön mit Tomaten, Mozzarella und Mais. Geil, oder? Super. Jetzt kann mir nichts Besseres jetzt vorstellen. Demnächst sehen wir Tanja bestimmt wieder. Ich sage an der Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Bis dann. Jahrhidee. Bis dann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020